Und damit einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, liebe Freunde des Weltraumgefechts. Willkommen zurück bei Bears Gaming, ich bin Max, wir spielen immer noch Lylat Wars in der dritten Folge und wir sind auf dem dritten Planeten hier und werden versuchen, uns weiter Richtung Andros vorzukämpfen. Und zwar genau jetzt. Ist ein bisschen ein verrückter Weg. Ein bisschen zickzack durchs Universum. Katina. Ja klar. Hätte man ja nicht auch noch neben das selbstverständlich schreiben können, das General. Das musste jetzt unbedingt noch eine Zeile geben. Oha, was ist hier los? Okay. Oha, wo heran erkenne ich denn das jetzt? Das konnte ich nicht wissen. Aua. Ja, ja, du sagst es, Slippy. Ja, sorry. Ey, das ist ja ein bisschen bescheuert hier. Alter! Woher soll ich denn jetzt... Wie soll ich denn das... Wie? Ja, beschützt ihr mal die Basis. Lass mich mal diesen... Den Kampf hier. Aha. Ihr wart wohl Gegner. Ah, vielleicht auch nicht. Du bist ein Bad Guys. Ja. Du nicht, oder? Oder doch? Das war keiner von den... Ich bin ein bisschen durcheinander. Du bist auch ein Böslinger. Ja, schön. Die glauben ja nicht, dass mir diese Minimap mit den ganzen Punkten da unten jetzt tatsächlich hilft, zu unterscheiden, was gut und böse ist, oder? Willst du jetzt? Das war, glaube ich, ein Böser. Du auch. Mann! Das ist ja... Puh. Schwierige Kiste. Oha, was nu? Wat is... Wat nu los da? Was machen die jetzt? Andocken? Waren die denn? Ja, lass ruhig noch ein paar raus. Die Luken auf der Unterseite. Ich sehe aber überhaupt keine Luken. Ja, Luken. Oh, sorry. Was er die Falco aufgeschießt. Ich glaube, ich habe eine der Luken erwischt. Äh, was macht er denn? Wahnsinn, oder? Ich bin komplett durcheinander. Was ist Gegner, was ist nicht Gegner? Man kann sich, du bist kein süßes Gegner. Äh, schick mal Supplies. Ich habe hier gerade, äh... Kleines bisschen Schwierigkeiten, wenn ich ehrlich bin. Zwar nicht wegen Supplies, aber... Warte mal so, hier bringt das was. Pau. Ja, sorry, Alter. Ey, ihr... Wisst ihr, seht ihr, was hier los ist am Himmel? Oh, nein, die Luken sind geöffnet. Luki kaputt. Oh, Supplies, Supplies. Mein Gott, ey. Das ist ein bisschen stressig hier. In dem Level war ich jetzt auch noch nie. Oh, schon wieder. Ey, Luki tut der noch. Die hier, wa? Ja. Du bist nicht weggekommen, dass easy. Es gibt einen sorten Energiereaktion. Die Kör hat die Piers. Standby. Du attackst. Was hat die Piers? Was für ein Kör? Oh, ich habe... Zeit für ein bisschen Paydown. Es gibt einen jetzt. Du bist nicht weggekommen, dass easy. Kann man da irgendwie schneller umdrehen? Ah ja. Ich glaube, das war's, was ich tun sollte. Puh. Anstrengend, 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 anstrengend. Also durcheinander war ich ganz arg, weil da ganz viele Fliege-Sachen waren. War's das jetzt? Ja, das war's wohl. Mit der Mission Nummer 3. Äh, 3! Status des Teams, ja. Ist ein bisschen besser wie vorher. Entschuldige. Du auch, Bill. So, 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 so. Ja, kleine ZU Ende. Und damit auch die Folge. Ähm. Oh, jetzt geht's da hin. Da bin ich gespannt. War ja auch noch nie. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal in Folge Nummer 4. Vielen Dank bis hierhin. Haut rein, euer Max. Bis zum nächsten Mal.